jetzt herzlich willkommen zu einem weiteren let's play mit dem herrn vega guten tag leute und freunde und der guten und ich spiele mit lokomotiv moskau ja lokomotiv sagt man man sagt leicester manche sagen leicester manche sagen leicester leicester wie gta oder wird leicester city keine ahnung wie man es ausspricht richtig viele sagen anders ich glaube leicester sieht ist die richtige aussprache sagen wir so ich habe mal einen angriff der geht sowas von daneben viel spaß da ist es war geplant du kannst mir meine geplant leute leute versuchen der standpass war der shit das happens das thema ist ja auch er der wichser hat sich geübt und ich habe die ganze zeit immer nur spiderman gezockt also das ist das macht dir keinen unterschied auch du scheiße das will ich wollte ich gar nicht ab geil dein ernst fall schiebung weißt du was gestern passiert ist ich habe so gegen menu gespielt mit einer manche mit einer schwachen und dann hat man ja einen dorschuss gemacht und die haben immer nur latte oder die haben immer nur ich habe so viel glück gehabt wenn dort hat folge halten und ich habe mit einer mit einer zwei sterne oder drei sterne mannschaft gespielt und die war fünf sterne ich habe dann gewonnen mit drei nur dein ernst guck ich sag doch ja trainiert der penner er schieb er schiebt er macht schiebung und spielt unfair ich habe sogar mit schwächeren mannschaften weil es damit ich keine klatschen und ernsthaft das war war schon so her das war das war schon vor abgepüfen das wird schon sagen du hast aber auch du hast dich auch nicht verschlechtert obwohl du nicht getrennt hast rechnende konsol beschlechtert du musst jetzt wieder reinkommen scheiß verteidiger du da du ich muss auch aufpassen dass mein spieler nicht hand nimmt oder leute ganz ehrlich ich wusste weil das kein absatz ist es war abseits ich wusste schon und dann genau und genau menu hat gestern gegen mich ein tor gemacht und es war abseits ich dachte schon oh mein gott bitte kein tor und es war abseits der ich hatte so viel glück bist du bist du dich das mein tor ja vorteil du wichser ich hasse ich weiß was du tust ok ich dachte du warst oben ich dachte was du oben fahrt ich habe runter geht da ich habe nach oben oder das übertreibte leben sein kopfball ja ich weiß dass der stößt sich in der reine sehr tot wer hat auch gestern von der höchste gegen bosnien geschaut ich nicht leider hat österreich 1 verloren durch ein glückstor und davor hatten sie ein tor aber nein es war leider abseits dort scheiß ich habe uns verpiss dich verpiss dich habe ich dir gesagt ich glaube das hat beim spiel auf dem hopp hey wehe ich schwöre er muss es tun nein ich wollte nur weiter klicken hey da wäre sowieso nicht reingegangen der wäre alle haben schon getan oh mein gott war nicht knapp du kannst einfach knacken ist jetzt von deine ecken was du gehabt hast dass du glaube ich drei tore gemacht guck von aber 20 ecken dass er mehr sein muss glaube ich sicher schon um die 40 ecken gehabt das ist eine schlechte bilanz erfolgt wo faul ich welcher die ersten faul ich nicht bin der fertig ich sagen ist eine gute mannschaft mit der felsspieler der welt auch meine ist eine gute mannschaft also wir haben ein aus ganz ehrlich das kann mir schon sein dass sie ausgeliehen aber wenn meine wenn die spieler doof sind sind sie nicht anscheinend doch ja bitte das war sehr geplant ich dachte alter das war das nein ich wollte ja nicht zu dem tut tut absatz tatsache geil war nicht zeigen und es hätte auch eigentlich nicht da meine ich ja das ja das zeigt ist immer so spät das habe ich ja gemeint nein aber doch hätte hätte es gar nicht abbrechen müssen weil du es ist schon bald bis jetzt gehabt tiefer lo das war ein klick alter ich hoffe du machst du nicht wieder so klickstorre wie bei die vorigen parts und jetzt muss ich mal gewinnen glaubst der läuft ich habe alles trainiert kommst du nicht du kommst du nicht rein ich habe jetzt mal was trinken ich habe schlecht das gefühl dass du das schau mir mal meine spielinfo anschauen ich habe noch keinen einzigen dorschuss das bin ich schon zwei schüsse und ein dorschuss ja das heißt jetzt was dass du scheiße bist dass ich noch nicht zu dem dort durchgekommen bin also okay außer jetzt ich komme nicht einfach nicht heißt er nein boah danke junge guter guter Mann hast du gesehen wie er den angenommen hat aha ich habe gestern auch traumtore gemacht bis zum geht nicht mehr aber ein traumtor habe ich bis jetzt in fifa gemacht fifa 18 das war das legendärste tor ich kann es dir später zeigen hast du das aufgenommen oder das? ja snapchat das war das traumtor das legendärste bis jetzt ich zeig es dir nach dem bad kurz vielleicht wie einfach so ein typisches standardtor nein es war ein traumtor ja hä also du hast einen Wurf ich wollte eigentlich zu dem anderen aber egal danke für das für den kein faul nein ein Wurf du hast dir ja keinen Fall gemacht oh Gott ja ja was war das jetzt das ist jetzt wieder die Sonnenbrille okay das war es mir wert dann war es mir das wert dass du das so bekommst du bist ja auch so fertig alter ähm solltest du die nicht dahin legen ja ich lege sie nicht dahin sorry Leute okay dann passt aber trotzdem das haben wir das doch angeschaut ja das war ein Traumtor okay ein Traumtor war es nicht aber das bei jedem auf einmal alles ein Traumtor das war kein klüster das war ein super Tor gestern habe ich auch so ein geiles Freistoß da geschossen Freistoße habe ich auch gehübt ich habe bei FIFA 18 noch nicht so oft Freistoße getroffen aber gestern habe ich gleich nochmal zwei rein getroffen bei FIFA 16 natürlich habe ich bei diesem da habe ich sicher schon fast alle getroffen außer vielleicht zwei drei nicht was ich glaubte ich muss ein bisschen Distanzschüsse machen jetzt bin ich in Führung jetzt kann ich mir sowas leisten glaubst du das wird das wirst du noch aufhören das gewinkst du abseits gar nichts das ist ja nicht abseits gewesen der Typ hat aber irgendwas gezeigt also meiner ja meistens zeigen die Spiele einfach es ist abseits und dann ist es kein ach ich weiß nicht wieso sie das zeigen es ist so eine Art FIFA Ding das wird bei jedem FIFA Ding nein es wird immer gezeigt es wird bei FIFA 18 auch noch gezeigt dass das abseits ist und dann ist es keins dieser Steinpass bringt mich dazu solange der Schirrin nicht sagt dass es abseits ist ist es keins der Schirrin hat immer recht sagen wir mal so selbst ja aber nur meistens die Fouls die verstehe ich nicht wenn du ihn leicht berührst und dann faultert dich dass du dir alle Rippen brichst und es ist dann kein Foul dann verstehe ich entschiede auch nicht wieso bei so leichten Deckels pfeift und dann bei so schwierigen nicht stimmt's ja nein nein oh mein Gott ja ja boah Leute mit Wunsch ohne Spaß mit Wunsch danke wir sind halt irgendwie sehr fair wir beide sind fair boah ey aah ey wieso da habe ich jetzt nicht aufgepasst ich muss zugeben das war ein Fehler von mir ich muss zugeben ich habe deswegen ich habe nicht zu ich habe nicht wegen gelabern ich habe nur nicht aufgepasst doch ich habe einfach nichts gelabert nein das war einfach so meine meine Spieler sind einfach nicht zugegangen ich dachte der letzte Pass was ich mache der geht der ist für nichts dachte ich aber huu das muss ich sagen war jetzt ein super Tor und kein Glückstor das war ein Fehler von mir hä ich darf ja mal so fair sein oder sorry ich muss euch immer nur maulen kann ich jetzt auch oh was schiert nichts gesagt ja nein ich habe trainiert ich darf kein Tor kriegen mehr sonst war alles in der Sonne au nein ich will diesen Dude hä ich weiß doch eh dass du den willst man das für mich ja zudem Jesus fucking man muss bei dir auch sagen du hast bei du hast ein links und ein rechts mittelfeld das habe ich nicht ich weiß nein eigentlich nicht aber okay faul also das Vorteil ja ich weiß ich werde auch können nein 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 und jetzt nein oh du Penner ja er hat ein Glück wie so ein Glück oh shit oh shit das wollte ich echt fucking ja ich weiß nicht was du tust ich wusste es du wixer oh hä au ok ja deiner weiß ich hä du bist zu mir zurück gekommen ich bin zu ich bin back to you he 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 ho he Gott, das ist nicht dein... Hast du den gesehen? Ja, das ist nicht wahr, oder? Alter, war das knapp, verdammte Scheiße! Hast du den gesehen? Mein Dorwart nehme ich noch! Mein Dorwart hat ihn gehalten, muss ich schon sagen. Warum war kein Dude da? Ich flipp aus. Hey, da war ja einer. Deiner hat geschossen und mein Dorwart hat gehalten. Ja, aber ich meine den anderen. Ah, fuck. Hey, wieso? Mein Spiel ist Azubi gegangen, also. Hä? Bei mir war das so. Ich habe gestern immerzu unentschieden gespielt beim Turnier und dann in der Verlängerung habe ich denjenigen... In der Verlängerung habe ich immer die kommenden Gegner so hart gefickt. Wirklich. So hart? Ja! In der Verlängerung sind dann die meisten Torte gefallen. Und davor sind entweder 0 Torte oder ein 1-1. Alter. Und ich habe halt gar nichts geübt, Alter, weißt du? Nichts. Okay. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Wett! Komm! Wollte schon sagen. Hä? Wie bist du für dich? Hast du mich rausgeballert hast? Oh nein Gott. Oh mein Gott. Mit Hacker hast du gesehen, weitergeleitet? Ja, ich habe es. Das ist schlecht. Verpisst dich von meiner Seite, Alter. Hä? Den wollte ich eigentlich nicht. Wenn man da x druckt, dann... Willst du mich jetzt verarschen? Oh Gott. Weg. Hä? Wird man gefault? Schiedsrichter sagt nein. Schiedsrichter sagt nein nämlich, weil... Alter! War ja nichts. Schiedsrichter sagt nein. Pfff. Fuck it, lau. Ja. Hä? Ja, das ist jetzt ein Glück. Leider nein. Doch nicht. Leider nein. Du machst immer den gleichen Stück. Du musst den nur... Gewohnt werden! Was kann ich dein Ernst sein? Du scheiß... Du scheiß... Rave nämlich. Du scheiß Torwart. Zwei Mal so knapp. Warte. Nein, nein, nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Nee. No chance in Hell, Alter. Äh... Ich erinnere dich kurz. Haha, ich weiß es nicht. Warte mal. Und du wirst auch gerne... Hä? 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 Ich fau einfach mal um meinen eigenen Spieler. Nein, ich meine jetzt... Äh... Sind wir schon in der zweiten Hälfte der Verlängerung? Ja. Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Ja, sind wir in der zweiten Hälfte, ja. Das noch und dann... Du hast auch noch den 11. Elfmeter, den du schießen darfst. Cool. Dank! Ja, wenn es so weit kommt. Ah, fuck it. Ja. Mhm. Keine Ecke. Nein! Sturm! Ja, der Konter! Das war darüber! Du bist ein Konter! Das wird nie! Ich wette was! Du mach... Du machst den wieder! Du machst jetzt wieder in der... In der... In der zweiten Hälfte! Ja, du bist du! Du bist du! Ja! Der... Der Schuss hätte schlimmer sein sollen, Alter! Nein! Nicht schießen! Nicht schießen! Schieß! Nein! Pass mal auf! Nein! Ja! Ich schlag mir gleich in die Fresse! Ich hab so viel Glück! Das ist nicht sein Ernst! Oh! Ja, ja, ja! Was?! Boah, Alter! Ohne Spaß! Hä? Mach nur! Ja, ey! Es war Stange! Ohne Spaß! Das ist das legendärste Spiel, oder? Ich... Das ist echt scheiße... Scheiße spannend! Und ich versuche alles! Was ist das? Was ist das? Es will... Nein, 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 nein! Mist! Ja! Ey, ja! Das ist nicht wahr! Okay! Du in der ersten! Haaaah! Schon! Ohne Spaß! Ich hab... Ich hab jetzt schon keinen Nerv mehr! Ja! Ja! Ja, ja! Oh! 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 Wieviele kann man haben? Ja! Oh! 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 Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, ja, ja, jeder ist jetzt drin, wollt ihr mich verarschen? Ja, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das sind wir für Bobs, alter. Scheiße, das ist nicht wahr, ne, ich muss jetzt dürfen, Scheiße, bitte, 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 lieber Gott, ja, ja, ist gar nicht so, ja, wenn du jetzt triffst, dann ist es vorbei, stimmt's? Ja, ja, ich wollte eigentlich in die Mitte, ja, warum, ich dachte, gut gemacht, ich dachte, du machst nach links, du hast bis jetzt noch nie nach links gemacht, fuck, alter, aber es was so klar als wieder elf meter kommt ich wusste genau dass du mein trick von folgen weil du schaust was ich habe ich nicht meine mitte getan ich hasse alles okay ja ja verdient der sieger glückwunsch danke dass ich mal fair bin es war es weil es war ein knappes spiel mein gott seine chancen die schauen wir jetzt nachher noch kurz an und ja willst du noch was sagen ja glückwunsch und sie haben es beim nächsten mal so